So, Emi, was machst du jetzt mit diesem Hasenpfote? Weißt du, was ist los? Esse halt. Nichts. Komm, dann gehen wir raus. Komm. Aber das ist nass. Das sag ich jetzt gleich. Ist egal. Wir gehen jetzt trotzdem raus. Und tschüss. Keiner interessiert sich für den Hasenpfote, Schatz. Niemand. Kein Schwein interessiert sich dafür. Doch der Posten. Wo ist denn her, Dicker, Mann? Wer klaut's jetzt, kleine Mädchen? Du frisst sie doch eh nicht. Was willst du denn mit der Hasenpfote? Du kleines, verrücktes Huhn. Ah, er ist scharf drauf. Sie ist traurig. Ihnen ist es scheißegal. Und sie dreht komplett am Räffchen. Keine Ahnung, was sie macht.